Mörser, mit den eigenen Reihen. Einfach mal den Motor in den Brand setzen. Aber ich habe auch viele gegen andere Tanks verloren. Meistens habe ich schwere gegen mittlere Tanks verloren. Sind da noch welche? Oh, wow. Oh, oh. O, was ich hier? Ja. Also, die zwei. Vielen Dank. Ach, man ist trocken wie diese Perlen, ja. Ich bin da einfach angekackt. Also, man darf mir heute keine Scherze treiben. Wie ist denn das? Weiß nicht, vielleicht ist es mein Henker. Ich glaube mein Henker wird mal ein russischer Panzerfahrer sein. Sind mir jetzt freundlich? Mir auch colda, mir auch. Aber helfen sie mir deshalb gleich. Das Battleground geht auch nicht los. Ich hab zu wenig OP, ich mach zu wenig Damage. Scheiße, man kann es den Leuten nicht rechnen. Ach, geil, Serious. Klick mal wieder runter zum Turm. Zum Turm? Was für ein Turm? Punkt. Jetzt fragst du dich, was für ein Punkt? Ja. Dann sag ich dir, an dem Punkt wo wir vorher waren. Was ist denn das? Wie ist denn das? Bist du, Colbert? Ich kann mich nicht mal klar aussuchen. Bin zu nichts zu gebrauchen. Und Hunger hab ich auch. Wir hatten auch schon gute Tage. Ja, so genoves. Am meisten Spaß ans Tag, woher macht eigentlich der Chat immer? Der Flame Chat. Ich hab nur Chat gesagt, Colbert. Meinst du mit einem Flametil? Naja. Wenn's dann wieder heiß und all you guys hack, screw you, I will report to you. Na weißt du, so learn to play Flames und so. Kann ich beim Endopor nicht machen? Weil ich nen Tiger gegen leichten Panzer verloren hab. Hm, das stimmt. Dann fällt so ein scheiß ungepansertes Fahrzeug um meinen Tank rum und ich wischt das scheiß Ding einfach nicht. Dann fällt mir ein Panzer und dem Russen Maschinengewehr. Der Rüste wird sein Panzer. Dann fällt mir ein Panzer überlegen. Du darfst nicht so hart mit dir ins Gericht gehen ins Gericht. Jetzt gab ich ja nicht mal ein Gericht. Ich hab über mich gesehen und zack. Für jeden einzelnen meiner Panzer. Ja, ich hab die Perl. Ich nicht, weil ich wieder langsamer. Spiel hat erkannt, auf dem Battleground hab ich auch nichts zu suchen. Würdest du dich ohne mich eintragen, wär's schneller drin. Weißt du, Arena mit dem Hot Carrier war ich auch nicht so gut, weil ich nen Healer dabei hatte. Ja. Das ist wahr. Ja. Das ist wahr. Ich hab' die Leute geschrieben grad im Guilden Chat interessante Sachen über Vanilla B.W. Das ist auch nicht alles rosig. Okay, das Quest gibt man scheinbar Deiner City ab. Shidiwok! Jo, man musste nur einmal den Käfig öffnen. Hat das für mich schon golden? Mhm. Weil der Lötz... Das ist zu weit in der Nähe. Korki! Man! Danke, man! Ich bin sicher, mein Fall wird euch reich belohnt. Wow! Dude, I hope so. Hm! So. Jetzt spiele ich also Tyrrana, ne? Wo bist du denn jetzt? Ich fliege nach Norden. Das Quest abzugeben? Von der Wall? Mhm. Gucken, ob ich das Ding kriege. Ja. Von den Items da kann ich nichts brauchen. Ja. Wenn man das Spiel hat gesehen hat, den könnten wir eine bessere Waffe geben, haben wir auch nichts von. Selbst die Questgeber hier sind weg, weil sie sich lieber mit irgendwelchen Tieren rumprügeln, als mir mein Quest abzunehmen. Oh, screw you, Kalt. Kommt so, wir sehen, wir haben gleich Level Up, ne neue Inni. Ach. Oh! Was kann ich für euch? Chss. Ah, nein. Bögen, eure Weiß-Zeit. Welche Weiß-Zeit! Du hast wohl keine Gratulation gekriegt. Hab ich wohl. Wahrscheinlich nicht. Guck doch an den Gilden-Chat. Ach Scooby, kannst du denn deinem eigenen Auge nicht mehr trauen? Wieso, ich kann dir nicht mehr trauen als das Bruder. Jetzt beschießt du mich mit dem Mörser und zerlegst mein T-Shirt. Und jetzt das? Ich kann dir ein Quest annehmen, wie kann das sein? Hab ich sie irgendwo mal vergessen? Ich nehme dieses Quest an, danke. Ich freu dich doch mal. Ich freu mich erst, wenn ich jemanden getötet hab. Vernichtet, weißt du. Einen zu Boden gebracht hab, sodass er nicht mehr aufsteht. Im Prinzip kannst du nicht beschweren über den Ball. Der war ein letztes Mal für 8 Minuten gedauert. Und 17.000 waren oder so. Ich beschwer mich nicht mehr über den Battlegroundern sichtbar. Über was dann? Kannst du meinen Healer-Hilaschips bei mir, die Leute? Man kennt mich ja. Mich kennt man noch nicht. Jetzt habe ich die aus den Stummstein Oh, gescheitert So, zwei Krieger zu gehen Die Rolle zu crashen Ich bin am Strand der tausend Tote Macht euch auf was gefasst, das ist immer vorher krass ein Moment, wenn die Schiffe einfallen Na, der gefährlichste Moment Schlimm stimmt man Nicht zu rennen Wie schnell das Ding fährt, wie kann das sein? Ich habe nicht mehr die Bubble von mir geklebt Ich habe mich einfach nicht früh genug zurückgezogen Oder ausgewichen Ja, mir nennt man das ja ausweichen Nicht mal das kriege ich mal hin Oh mein What the fuck Oh Man kommt dann einfach nicht mehr hinterher Aber wie kann es sein, dass die Fahrzeuge plötzlich so schnell sind? Die waren nochmal super langsam Das war das letzte Mal auch nicht so Bist du ja auf dem anderen Schöp? Ja J Düb Das war das